Oh boy, jetzt fangen wir wieder von vorne an, hab ich gehört. Meine Güte, uh uh. What? Hi, Edenstreak, Nummer 0. Nummer 0. Ich weiß es, warum funktioniert das nicht? Haha, vorbereitet weh und je. There we go, Nummer 0. Haha, 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 haha. Ähm, ja, Items sind durchschnittlich. Ja, gucken. Mal gucken, was passiert. Trinkert ist nicht ganz schlecht. Guck mal, eine Kiste mit fett Cash. Hello Shop, mit Options. Hm, der ist Options, sorry. Ja, ich hätte gern beides sogar. Erst Options mit der ist besser. Heyho, Mongo Baby, was geht denn ab, mein Kleiner? Hast noch gar keinen Freund zum Imitieren. Knöppel. Was? Was ist passiert? Ah, okay. Wow, Clear Rune. Ja, das nehmen wir doch gerne am Anfang. Quick Potential ist da. Soul of Azazel, Azazel. Uh, there we go. Ein Streak leider verloren im letzten Run gegen so tolle Gegner, die sich Adversary nennen. Zweimal. Klein Ficker, ey. Hei, hei, hei. Oh, so schnell. Aber es war am Ende des Tages halt immer ein Skill Issue. Ich geb's ja zu. Bye, bye. Ha! Äh, hörst du auf? Bitte? Ähm, ich würd gern... Danke. Großzügig. Sehr großzügig. Ich geh sogar in die Alternative Flores. Let's go. Ja, aber naja, gut. Jetzt können wir wenigstens wieder neu anfangen, hab ich gehört. In The Binding of Isaac. Mit unseren sogenannten lieblichen Eaton Streaks. Ja, ja. Und das sieht mir ganz danach aus, als könnten wir hier leckere Sacrifice Rooms abusen. Oh mein Gott, ja. Äh, ich geh lieber in den Atom Room. Mit Gimpier. Ja. Hallo Boss. Hallo Clock. Auf Wiedersehen Clock. Das ist sehr effizient, muss ich sagen. Clear Rune mit Azazel's Rage. Praktisch. Praktisch. Sehr praktisch. Wow. Wow is this. Wautsch. Wow. Krank. Insane. Amazing. Ah, schade. Hi. Treasure Map. Ja, nehm ich. Den Schlüssel tatsächlich auch. Und, äh, ja. Der Rest kann's behalten. Danke. Gieß der. Hell yeah. Sehr gut. Weiteres Damage ab. Hinter Super Secret Room. Der müsste ja fast hier sein, ne? Wow. Mit einem Blackheart. Die Begeisterung steigt. Dann gehen wir mal weiter. Dross 2. Curse of the Maze. Hm, unangenehm. Naja, gut. Hier ist das Feuer. Ja, dann machen wir erstmal Mirror Dimension. Bevor wir irgendwas anderes machen. Uh, gell. Wenn's möchte, dann kann das Spiel echt net... What? Das ist ein komischer Effekt. What? Curse of the Maze auf... Ja, Mirror Dimension ist komisch. Hello. Auf Wiedersehen. PJs. Nö, ich nehm tatsächlich Spun mit. Ein bisschen Speed Up. Das hat noch keinem geschadet. Hau wir zumindest. To for Nail. Oder ein Randy Item. Hm. Insofern ist es nicht schlecht. Das sind gerade Zacki-Zacki-Räume, basically. Aber es könnte besser sein. Ja, okay. Es ist gleichwertig, würde ich sagen. Alles super Secret. Nochmal ein schwarzen Herz. Hi, hi, hi. Hey. I see a pattern here. Heyo. Na. Auf Wiedersehen. Ah, glaub ich nehm das Lack ab. Wenn ich mal darf. Dankeschön. Und ich geh tatsächlich auch in die Mines. Aber ich sterb's mal nicht. Bäh. Erstes Hindernis überwunden. Oh, und das ist Ashpit. Hi, 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 hi. Und ich hab vergessen in Dings zu gehen. In Geisterform. Naja. Jo, Brudy. Mach mal. Hast du gut gemacht. Ha. Lol. Bye, bye. Hier schon wieder. Oh, oh. Nein. Aber du hast dich eing... Ha. Du hast ja ein bisschen eingekettelt, mein Sohn. Einen Mob Challenge Room. Eine rote... Eine rote Kiste, genau. Eine goldene Kiste. Ich kann wirklich Farben unterscheiden. Ah. Aua. Und ich kann auch fantastischen Gegner reinlaufen. Ist auch so ne Spezialität von mir. Item Room. Mit Birdseye. Ja, da sag ich nicht Nein zu, ne? Besser als Spider-Bart. Ah, 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 ah. What the fuck? Die sind ja hundsgemein, die Leute. Shop. Boss. Oh, Pandora's Box. Cool. Ähm. More Options. Why not? Hamling Bundle. Ja. Und... Ja. Ja? Das ist, glaube ich, ziemlich gut mit Soul of Azazel. Azazel. Hello, Cinch. Na? Ja. War sehr effektiv, würde ich sagen. Sind wir mal fertig? Danke. Telescope Lens. Ja, why not? Why not? Ash P2. Und wir haben auch kein Angel bekommen. Das ist ja fantastisch. Da kriegen wir jetzt einen garantierten. Ah, ha, 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 ha. Aua. Der Meister hat getroffen werden. Wirklich. Oh, goldene Münze. 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 Ah, schade. Ja. Lecker Fitchi. Wäre lustig gewesen, aber zwei, drei Conjoint ist auch in Ordnung. Das ist zwei, drei Bob, Alter. Ei, ei, ei. Sieht man auch selten. Ey, yo, du hast absolut gar nichts für mich. Das ist ja fantastisch. Wow, ist das? Oh, meine Güte. Bäh. Ah, ha, ha, ha. Kommt einfach ein blauer Geister auf den Mix, ey. Ich liebe es. So, mein Angel ist auch gleich weg. Können wir so weiter geht? Ah, ha, wenn das so weiter geht, geht's wirklich. Oh, mein Gott. Nein, nein. Nein. Hilfe. Komm, da runter, Jungs. Das ist ja gefährlich. Ah, hi. Na, geht ab. Hier kriegst du mal ein paar Münzen. What? Ha? Drei Münzen? Rotten Bagger? Ich bin begeistert. Hilfe. Ah, ja, gut. Dann können wir auch den ein bisschen spielen. Oh, ja. Soulheart. Wichtig. Absolutely huge. Bloodbag. Noch besser. Ey, ey, ey. Naja, der Pile. Auf Wiedersehen. Also kann ich auch jeden Boss klären. Habe ja auch nichts dagegen, ne? Danke. Hey, ho. Na? Pascal Candle. Oh, Act of Contra... 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 Schilden. Äh, ich werde die ganze Zeit getroffen wie so ein Fodhaus. Deswegen nehme ich dir ja das mit. Danke. Ha. Weiter geht's. Direkt mit einem Wort beginnen wir. Mit ein paar Kisten. Ei, ei, ei. Das ist ja... Fantastisch. Oh, eine goldene Münze. 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 Oh, oh. What the fuck? Hör auf. Biddy. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, Mixer. Stop it. Ah, danke. Meine Güte. Speed up. Cool. I am speed. Niu. Wow. Das Item ist okay. Das Item ist ein bisschen schlechter. Weiß ich. Und schon haben wir wieder Leben. Wie ein junger Gott, ey. Hi, 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 hi. Und dann können wir ja tatsächlich in den, ähm, Dingsraum reingehen. Mal ganz kurz. In den Mob Challenge Room. Mit Dog Food. No thank you. I will leave now. Uh, lucky Penny. Ähm, ja. PhD. Hey, yeah. Everything Jar. Hi, ne? Nehme ich dich mit. Weil? Wäre schon lustig, ne? Aber. Ist ja aber jetzt straight up zu gut, ne? Die Kombinationen. Blank Rune. Clear Rune. Was auch immer. Mit Soul of Azazel. Ja. Hello, Mama. Ihr habt da mal was. So einstecken. Hier, noch ein Blick. Gib mir eine Sekunde. Danke. Gehen wir nach unten. Letztes Mal die Chess war nicht so. Die war tatsächlich nicht so knorke, ne? Und das ist WumpXL. Alter, mein schöner Angel-Deal. Hey, hey, hey. Wenn ich die jetzt nicht bekommen, bin ich ein bisschen traurig. Äh, rechts unten. Secret Room. What? Wie krieg ich hier ein Item rein? Dringend. Ähm, ich klär mal kurz die Ebene, ne? Wenn ich kein Judgment oder so bekomme, dann, äh, bin ich traurig. Hier ist nicht der Boss. Er ist tragisch, ne? Das ist ein bisschen tragisch. Ich hab wirklich meine Karten hier drauf gesetzt. Und was? Was denn das für ein Raum, Alter? Hä? Hab ich auch gar nicht gesehen. Naja, okay. Ich nehm's hin. Bleibt mir ja nix anderes übrig, ne? Bloodbank. Und einem... Okay, warte mal. Oh, der Junge könnte mir Sack ausvergeben. Ich hab sogar zwei Begleiter, die einfach... grünen, in den Fleischgrinder reingeworfen werden können. Äh, ich mein natürlich weitergegeben werden und ein schönes Leben führen. Ja, ja. Okay, äh, hi, Demonbagger, ne? Äh, das ist leider... Na, okay. Ist trotzdem gut, danke. Oh, oh. Oh, oh. Hi, we're friends. Ach, schade. Das ist... Ein bisschen traurig. Ich hab die Rivers-Karte gesehen und ich hab mir gedacht, yo. Wenn das jetzt Stars oder sowas in die Richtung ist, yo, das wär's jetzt so. Oh, nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein. Wollte er einfach nicht. Soul of Cain? Ja, good luck finding ein fucking Ultra-Secret, ne? Nee. Ah, guck mal, das ist doch praktisch. Cool. Wow. Hm, ha, 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 ha. Sind wir heute ein bisschen funny, Isaac? Yo, kannst du ein bisschen schneller nehmen? Auf, ab. Ich muss es aufnehmen. Ei, 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 ei. Mein schönes Boneheart. Nee, mein Soulheart. Sorry. Komm, du kannst Karten droppen. Wie wär's? Das ist keine Karte, das ist eine Gulp, bitte. Erneut. Yo, Brudi. Boah, was ist... Karte. Time burns! Uh! Ei, 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 ei. Ja. Ja. Yes. Da kommt der Rick. Endlich. Hat auch nur ein bisschen gedauert, ne? Noch eine Gulp. Gulp. So, dann einmal eine Temperance hier. Bitte. Macht doch jetzt nicht diesen. Don't play hard to get. Meine Güte. Wir haben's verstanden. Yo. Ah. Unzerstörbar, oder was? Oh, meine Güte, das hat so lange gedauert. Ey, 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 ey. Okay, endlich. Ich bin mir sicherlich nichts auf der Map ab sonst. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht gibt der ja noch eine Temperance-Karte. Vielleicht. Warten wir eine Sekunde. Oh, forget me now. Ähm. Nehmen wir mit. Done. Hahaha. Wollen wir mal. Let the wee ball begin. Sausage. Ist nicht schlecht, aber könnte besser sein. Black Lotus. Ne. Ne. Ha. Ha. Ne. Ich bin greedy. Diesmal bin ich greedy. Ach, du Bixer, Alter. Ah. Ich hasse dieses Spiel. Ne. Ich mag's. Ich mag's. Alles gut. Alles gut. Ich hab's lieb. Ja, ja. Gib her. Aaaaaah. Mane. Ach, Isaac. Du bist ein kleiner Schlawiner, weißt du das? Du spielst wirklich mit meinen Gefühlen. Gibst mir solche coolen Dinge. Dann gibst du mir immer alles so richtig... So nice Items, aber du hast einen Automaten da stehen und denkst dir so... Es könnte mehr sein. Es könnte mehr sein. Es könnte Rock Bottom sein. Es könnte Arky sein. Es könnte Spindon sein. Und dann gibst du mir einfach Odd Mushroom. Mann. Ah. Hi Skrillex, ne? Stirb, du Sau. Nein, ich mag. Schade. Jetzt, oder? Jetzt gibst du mir ein Boosterpack, Alter. Ich hebe das nicht auf. Einfach nur aus Prinzip. Oh. Hallo, it lives. Na? Hat ein bisschen gedauert. Ich weiß. Ich weiß. Passiert, ne? Nun ist mir nicht übel, oder? Ich beeile mich auch jetzt hier. Bei unserem Treffen. Dass es schnell hinter uns ist. Bye, bye. Bye, bye. Angel Delos. Mit Book of Virtus, I guess. Meine Güte. Was auch immer. Runter hier. Kreise auf die Unknown. Ist ein bisschen ungünstig. Ah, verkraftbar. So, und Boss. Wow. In Omega Satter 21, 22, 23, 24. Es war zu spät. Anyways. Ging noch klar. Gerade so. So, the Fall and Gone. Und jetzt Satan. Hui, hui, hui. Bye, bye. Rudi. Ja, Lack ist nicht schlecht. Also, Boots Eye ist auch richtig am Arbeiten. Das feiere ich. Tja, ein paar Herzen nochmal. Und weiter geht's. So, hallo Darkroom, ne? Was hast du denn so zu bieten, ne? Democles. Pentagram. Nail. Und vier. Ja, weißt du was? Weißt du was? Fuck it. Fuck it, we ball. Democles. Dann nehmen wir Pentagram mit. Dann nehmen wir Too Spooky mit. Und dann... Klieren wir die Ebene. Und dann... ...tun wir Forget-Me-No einsetzen. So der Plan. Und hoffen, dass wir nicht instant getroffen werden. Wäää. So, ersten Raum überlebt. Das ist ja schon mal ein guter Start. Ha! Nice. Sehr gut. Wäää. 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 Ich wurde getroffen. Das Zählt ist getroffen, oder? Oh nein, 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 nein. Aua. Bitte nicht. Nein. 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 Ich habe Fehler begangen. Ich habe große Fehler begangen. Ich glaube, der Lamp muss dran glauben und dann... Weißt du was? Weißt du was? Wir machen den Lamp. Ne, wir können nicht Forget-Me-No einsetzen. Dann können wir kein Megasotter mehr machen. Ähm. Ähm. Entscheidungen, Entscheidungen. Ja, okay, dann, 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 äh, 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 äh. Keine Ahnung, du. I do the Lamp. Erstmal du. Du auf jeden Fall. Hoffentlich. Don't fuck me over, Democles, don't fuck me over. Jo, danke, wenigstens in die richtige Richtung, diesmal andrehen. Jo, irgendwie, will ich mich jetzt nicht beschweren, aber, Demolecria hat, hat's nicht unbedingt enhanced, den Build. Und irgendwie war Democles auch nicht der Pick, weil, ja gut. Gibt mir keine doppelten Items. Jetzt kriege ich gerade nur noch aufs Maul. Aua. Aua. Äh. Bitte nicht. Aua. Wenn wir auf ganz der Zeit getroffen werden, ist ja nicht in Ordnung. Danke, meine Güte. No. Fuck you, Delirium. Fuck you. Äh, weißt du was? Komm, hier. Fuck it, Weeball. Ich will noch mehr Items. Aha. 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 Nice. Okay, cool. Äh, der Lamp, der Lamp, der Lamp ist da oben. Ich will mich ein bisschen beeilen. Bäh. Hallo, Dark Ones. Ihr seid keine Hohrensöhne. Oh, was sagt die Cousins von den Hohrensöhnen? Aua. Sterbe ich auch noch. Weiter, 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 weiter. Hä, 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 funny. Okay, hier ist wirklich... Die Lamp, erneut. Bitte, Damocles, don't fuck me over. Was ist das, Emperor? Okay. SSS Rage, go! Wow. Nein. Lass mich ins Portal. Äh, in die Kiste. Lass mich rein! Ah. Glück gehabt. Huh. Okay. Gridswick von 1 wieder. Yay! 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 Ich bin immer traurig. Anyways. ARD Text im Auftrag von Funk